hallo zusammen ich habe im video über fischer gesagt die fisch einfrieren wollen ich habe hier eine tiefkühlbox die zieht 9 bis 10 ampere also wäre solch eine batterie ja dann in zehn stunden leer ich habe heute morgen um 7 uhr gestartet und ich habe jetzt 17 uhr also zehn stunden später noch 12 prozent in dieser batterie drin die war rammelvoll wir ziehen jetzt hier nur noch 7,7 ampere aus der batterie ihr seht vielleicht hier sind fast minus 25 grad aber dieser thermometer zeigt minus 4 ich sage mal minus 5 grad 4,9 minus 5 grad an also das ist eine ganz schlechte kühlbox 10 ampere oder 9 ampere in der stunde aber was habe ich gemacht wir schauen uns hier den inhalt an ich habe vor zehn stunden hier das wasser eingelagert das sind 30 solcher pet flaschen ich nehme jetzt kurz die kamera und wir schauen hier rein wir sehen jetzt auch hier den fühler der sitzt hier zwischen diesen flaschen drin und diese flaschen sind alle nicht gefroren ich habe hier eine flasche die ist so ein bisschen angefroren also wir nehmen die flasche raus und stellen die hier her als schönes beispiel diese flasche war am rande also wir haben hier 15 kilo material drin diese box hat eine gefrierleistung von nur 7 kilo das ist ein becher hier ist beschriftet 0,4 und das ist eine flasche mit 0,5 wir sehen es vielleicht hier das ist 0,4 man sieht hier oben ja die flasche ist schon gefroren und das war eine flasche ganz am hand also gefrieren von wasser fleisch fleisch oder fisch besteht hauptsächlich aus wasser ja es kommt noch wasser ich zeige euch das hier ihr seht die flasche den bestand oben ich schätze jetzt mal dass drei deziliter von dem wasser noch nicht gefroren sind und der rest der flasche ist gefroren also das heißt zwei fünftel der flasche sind gefroren aber die hat die box seit minus 25 grad an die hat also jetzt hier richtig massiv gearbeitet die batterie leer gezogen aber die 15 kilo wasser die ich jetzt hier eingelagert habe sind ein viertel gefroren weil ich habe sieben halb liter sieben kilo gefrierleistung am tag ich bin in zehn stunden nach zehn stunden batterie leer oder auf 13 prozent unten und das wasser nicht gefroren also ihr könnt nicht meinen ihr könnt ihm nach norwegen fahren fisch fangen und hier fisch einschmeißen ohne dass irgendwie das gleich gefroren ist also die die schon mal da waren die schauen dass sie den fisch irgendwo vorfrieren können über 230 volt dann ist das kein problem auch der rücktransport da mache ich ein video rücktransport über mit so einer kühlbox von gefrorenem fischen meist wird fisch filetiert und eingefroren aber das ist eine gt eine gefriertruhe mit siebeneinhalb liter lang 7,2 kilo gefrierleistung im tag eine standard kühlbox das ist die normale standard die in dreimal schwächeren kompressor hat hat 1,5 kilo gefrierleistung jetzt sagt ihr mir der nächste kommentar ja dreimal schwächer warum habe ich dann nicht 7,2 durch 3 das wäre irgendwo 2,5 sondern ich habe nur 1,5 ja weil der stromverbrauch das kühl halten der box braucht eine gewisse menge und die restkapazität was noch übrig bleibt das habe ich dann zum gefrieden und der bedarf zum kalthalten ist bei der einfachen kühlbox eine 46s mache ich euch hier ein video genau der gleichen wie bei der hier aber eben die gefrierleistung ist hier 7,2 kilo und diese flasche hier die ist die ist schon ein bisschen gefroren aber eben ich kriege hier kein wasser mehr raus ich habe also 3 deziliter aus dieser flasche bekommen jetzt sagt ihr mir ja gut ihr habt da vor oben reingeguckt und wir machen jetzt trotzdem inventar ja diese flasche ist nicht gefroren diese flasche nicht gefroren diese flasche nicht gefroren Diese nicht gefroren, nicht gefroren, nicht gefroren, nicht gefroren, nicht gefroren, nicht gefroren, auch nicht gefroren, hier auch nicht gefroren, hier auch nicht gefroren, also die meisten Flaschen hier drin, außer die gerade am Rande, oh, hier habe ich eine, die hat schon ein bisschen Eis eingesetzt, die auch hier. Die auch, die, oh, das ist grenzwertig, die auch nicht gefroren und die hier hat, die ist nicht gefroren und hier unten habe ich jetzt noch vier Flaschen, die sind angefroren und diese vier Flaschen sind auch angefroren. Wer also mitgezählt hat beim Flaschenzählen, der hat gesehen, der größte Teil von den 30 Flaschen sind hier effektiv acht Stück angefroren und eine sind neun Stück angefroren. Ihr seht was, neun Stück, wenn die, wie die Flasche sind hier zu Drittel gefroren, habe ich jetzt neun Flaschen, sind viereinhalb Kilo, viereinhalb Kilo in zehn Stunden, davon nicht ganz gefroren, sagen wir in zehn Stunden drei Kilo gefroren, das heißt, in einem Tag wäre aber dann vielleicht, dass wir sieben Kilo, siebenkomman zwei Kilo durchgefroren hätten. Gefrieren braucht Leistung, also wenn ihr nach Norwegen fahrt und da Fische einfrieren wollt, braucht ihr Leistung. Also mit einer Standardkühlbox, unsere 46 S mit 1,5 Kilo Gefrierleistung am Tag, wenn ihr jetzt 14 Tage geht, zehn Tage fischt, zehn Tage friert ihr ein, in zehn Tagen wären das mit einer Standardkühlbox 15 Kilo Fisch, also Filet ist immer nicht der ganze Fisch, sondern schon vorbereitet, vakuumiert und eingefroren, könnt ihr in 14 Tagen zehn Tage fischen, zwei Tage rauf, zwei Tage runter, also nach Norwegen, und so könnt ihr 15 Kilo Fisch in einer Standardkühlbox einfrieren, mehr nicht. Und hier, in dieser Box hier, könnt ihr bis zu 70 Kilo in zehn Tagen einfrieren, nur 70 Kilo bringe ich nicht in diese Box, weil diese Box hat 46 Kilo Volumen, das heißt, ich kriege nicht 46 Kilo Fisch rein, weil ich habe immer noch ein bisschen Luft dazwischen, auch wenn ihr sauber bikt und so weiter. Ich hoffe, der Test hier hat euch auch jetzt gezeigt, wenn ihr mehr Fragen habt zum Transport, zum Kühlen, zum Runterkühlen, zur Energieversorgung, auf dem Transport. Eben, hier mache ich euch, zeige ich euch die Standardkühlbox, hier diese Kühlbox und hier unten ein Video auch über Fischer, die nach Norwegen fahren und der Problematik haben, ich will Fisch nach Hause fahren. Ich wünsche euch einen schönen Tag.